Ja, Claudi, ich würde heilen. Ich würde auch die Chase abfangen. Hallöchen, meine geschätzten Pansen. Ja, willkommen zu einer kleinen freitagabendlichen Runde Dead by Daylight. Das ist das dritte Spiel heute. Das erste war auch schon The Game. Da hatten wir einen Freddy. Lass uns bitte die Daumen drücken, dass es nicht wieder einer ist. Ich kann diese Harkfresse nämlich nicht leiden. Ich nehme alles. Echt, ich nehme auch einen Michael Myers. Auch wenn ich den jetzt darauf bespöre. Ein Schweinchen vielleicht nicht. Das wäre jetzt nicht so schön. Aber grundsätzlich bin ich da offen für alles. Ah, da befindet sich schon jemand in der Chase. Wir suchen uns direkt mal einen Generator, an dem wir uns festsaugen. Was haltet ihr davon? Ähm, ich glaube ich habe drei Claudettes mit im Team. Ich habe den Michael heraufbeschworen. Ich bin nicht stolz auf mich. Ganz und gar nicht. Aber gut, ich habe es verdient. Ihr habt es gehört. Ich habe mich selbst gejinxt. Ah, hier. Wundervoll. Ja, wenn er jetzt hier um die Ecke kommt, kriege ich einen Herzinfarkt. Dann seid ihr quasi Live-Zeuge meines Ablebens. Joink. Ne, ich baue einfach mal da drauf, dass der gute Kollege den jetzt zumindest noch mal 30 Sekunden beschäftigt hat. Oh, oh. Beschäftigt. Ähm. Ich habe heute immer schon auf Nummer sicher gegen Barbecue und Chili gespielt. Bisher hatte ich nie recht. Aber jetzt habe ich ja schon den Michael heraufbeschworen. Ich weiß nicht, ob wir mit Sicherheit auch Barbecue und Chili gegen uns haben. Ich gehe da mal retten. Fuck. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Okay. Chasey, Chase. Alles klar. Gute gut. Dann gleich eben um so. Hm? Der hat mich nicht gesehen. Ähm. Weird. Gut. Achso. Da hat einer abgehängt und deswegen. Puh. Meine Güte, ist der tödlich. Das ist ja ungeil. Sabotieren mal einen Haken. Aus Protest. Gegen das Establishment. Oh, der hier ist er wieder. Oh, der hier ist er wieder. Wie komme ich denn da jetzt runter? Wirklich schnell. Hi, Claudie. Ich bin Ash. Ich bin ein cooler Typ. Ich würde dir empfehlen, mir zu folgen. Das ist ein genereller Tipp. Warum heilst du? Warum darf ich nicht? Warum? Warum bist du doof, Claudette? Warum bist du doof? Warum doofst du so sehr? Warum ist dieses Spiel so doof? Macht denn überhaupt nochmal jemand Generatoren? Heia, ist ja ein bisschen spannend. Muss ich das Reden ein klein wenig einstellen? Weil der hat ja nun wirklich den winzigsten. Der hat ja nun wirklich so einen Winz-Terroradius. Den sieht man ja gar nicht kommen. Oder man hört ihn gar nicht kommen. Schon ein bisschen spannend. Aber ich befürchte, mittlerweile sind alle Generatoren nur noch unten. Ja, Claudie. Ich würde heilen. Oh. Ich würde auch die Chase abfangen. So großzügig bin ich. Hm. Stalky-Sock. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Na. Gut. Dann rauch mal deinen Stalk auf. Dann rauch mal deinen Stalk auf. Ich. Uh-ha. Uh-ha. Das war mir ein bisschen zu knapp. Ist es mir immer noch. Aber da hat er offensichtlich jemand anders gefunden. Gut. Äh. Generatoren. Leute. Leute. Gerne auch mal heilen lassen. Was halten wir davon? Heilen lassen. Hm. Dinge tun. Generatoren. Ihr lauft so kopflos umher, Mensch. Ach. Eieiei. Schon spannend. Kriege ich denn genug Punkte zusammen für ein Pip? Das ist mir ja gerade irgendwie so ein bisschen wichtig. Ich habe ja durch das... Ich habe ja durch das... Ich habe ja wieder mächtig... Punkte verloren. Hier hinter ist ein Jen. Die müssen wir mal eben zu Ende machen. Koste es, was es wolle. Wolle ist, was es koste. So. Ich hoffe, andere Leute arbeiten auch an Generatoren. Das wäre Premium. Der Gute hat ja jetzt endlich mal Evil 2. Das heißt, er hat auch sowas wie ein Terroradius. So. So. Uah. Gut. Wenn der so beschäftigt ist. Wo ist denn dieser Generator, den er da gerade kaputt gemacht hat? Der muss ja... Der muss ja hier hinter sein. Irgendwas läuft hier. Wo sind die? Fange ich mal einen an. Uh, exposed. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Exposed. Nicht gut. Nicht gut. So. Jetzt. Waaah. Ganz schlecht. Fuck. Das war jetzt so wieder... Das war ja wieder Last Look. Habe ich ihn jetzt abgehängt? Mit dem bisschen Urban Evasion gerade? Das glaube ich ja fast nicht. Mist. Ah ja. Das ist mein erster Hook jetzt. Das ist mein erster. Guck. Die sitzen da hinten am Gen. Sehr schön. Es ist noch nicht alles verloren. Nein, nein, nein. Weit entfernt. Weit entfernt. Da wartet schon die Rettung über mir. Oh. Der muss diesen Perk haben, dass er das sieht. Oder er rennt halt einfach immer zum nächsten Gelegenen. Das kann natürlich alles sein. Danke, Claudio. Du bist ein Goldstück. Ja. Quasi. Ein Goldjung. Eine... Eine Semmel. Fuck. Heil doch mal. Danke. Dann bin ich hier voll in die Sackgasse gelaufen. Danke. So. Und jetzt mal was wuppen. Ach, ihr habt den geschafft, den Generator? Wie geil ist das denn? Ist ja Knaller. Können schon mal so ein bisschen sondieren. Irgendwo hier muss ja die Luke sein. Der läuft. Ich habe eine Menge Chase-Punkte gesammelt, aber nicht genug. Trotzdem möchte ich doch jetzt eher nochmal ein paar Generatoren machen. Da ist die Luke. Direkt am Fuß der Treppe. Voll gut. Du weißt, wo der Generator ist? Offensichtlich nicht. So. Der ist... Halt durch. Ich komm. Wir müssen uns hier noch einen Jen suchen. Folgen wir mal. Okay. Wir halten dich jetzt ein bisschen hoch. Und dann wird das schon. Hm? Claudi? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind so weit gekommen. Oh, Dying Light? Ach, du große Güte. Wenn ich doch bloß wüsste, was das heißt. Ich kann mir das nie merken mit diesen verfluchten Perks. Warum lässt du dich nie zu Ende heilen? Ich verstehe euch nicht. So, hier sind nirgendwo mehr Gents. Ich hab keine Ahnung, wo hier Gents sind. Wir müssen diesen letzten Generator finden. Es müssten hier drei Generatoren noch rumgümmeln. Da unten ist übrigens die... Die Lucke. Hier müssen... Drei Generatoren noch bereitstehen. Und ich weiß von einem. Die sind alle unten. Was für ein Kack. Drei Generatoren müssen hier sein. Diese Map, ne? Diese Map, die ist zum Kotzen. Da ist eine geschlossene Tür. Also ist hier... Genau. Super. Der steht ja richtig safe. Wow, der steht ja richtig safe. Geil. Nur ein Ausweg. Das wird nix, Leute. Das wird nix. Beschäftigt den mal. Beschäftigt den mal. Ich guck das hier. Ich zieh's durch. Ja, gut. Gut beschäftigt. Hallerli. Naja, Barbecue und Chili hat er ja nicht. Aber nur noch... Oh, Basement. Geile. Nur noch drei Gents, die er machen muss. Also... Mit ziemlicher Sicherheit... ...straight hierher kommen. Das bedeutet, wir... ...verschwinden mal nach hier. ...und behalten das ein bisschen im Auge. Nein! Wie ungeil. Oh, fuck. Ja. Dieses Spiel ist gelaufen. Wie mir durcht. Dieses Spiel ist wohl gelaufen. Wenn da jetzt ins Basement reinkommen... ...den rausholen. Ne. Nicht mit Expos. Sorry. Ich geh Luke. Ich geh Luke. Sorry, sorry, sorry. Puh. Wäre ich da ins Basement gegangen... ...dann wäre ich jetzt genauso tot... ...wie alle anderen auch. Meine Güte, war das spannend. GG. Well played. Sorry. Tamer Laput. Wie auch immer. And fuck you too. Meine Güte, das war spannend. Das erste richtig gute, spannende Spiel heute. Puh. Ähm. Was denkt ihr denn? Fuck me? War das gerechtfertigt? Ich glaube, das war eine sehr gesunde Entscheidung von mir. Wow. Ich hoffe, ich sehe euch irgendwann mal wieder. Macht's gut. Und oh, der reportet mich. Hahaha. Bis denn. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier Links und Rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen. Also, klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dann erstmal reingehauen.